Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Pazipokémon. Ja, wir haben ein neues Gebiet für uns, wo wir hin müssen. Und da gehen wir jetzt natürlich auch hin, wo Larven schon wartet. Na, willst du wieder im Pokémon-Kampf? Ja, in Richtung weißes Frostland. Ich denke mal, ich werde ein paar Pferde sehr stark brauchen. Ja, wir müssen sich jetzt deswegen beruhigen. Noch nicht. Bestimmt ist es eigentlich schon aggressiv, aber es ist das Schilligste von allen. Ich denke mal, es ist schon in Rage verfallen und es hat keiner mitbekommen. Friedliches Miteinander. Was denn sonst? Ach, Professor. Oh, sorry. Hm? Genie, Sürgel. Das ist ja wie ich. Ich gewinne eh wieder. Ja, dann wieder ein Kampf gegen Pikachu. Wann lerne ich eigentlich, dass es meinem Team einen Boden-Pokémon braucht? Oder zumindest einen Pokémon mit einer Boden-Attacke. Oh, ein Bandimus. Ja, das ist easy. Ich würde mal sagen, eine starke Laubklinge reicht. Mit 10 Level über ihm. Sag ich doch, reicht. War sogar ein Volltreffer. Eins der Revier. Jetzt habe ich ein Problem. Weil ich habe einen Typen-Nachteil. Los, Blitzer! Überhaupt nicht unfair. So geht's. Nutzt einen neuen Angriff-Ladenstrahl. Das hast du gut gemacht, Blitzer. Autschen. Blitzer. Donnerzahn. Ham. Lecker. Und jetzt kommt Pikachu. Mit Eisenschweif. Und der Blitzer umgenietet. Äh, Panferno hat die besten Chancen. Zusammen mit Silvaro. Silvaro muss er sich aber erstmal heilen. Nahtara hat auch sehr gute Chancen. Und natürlich beleben wir erst Blitzer. Ich denke mal im Übrigen, dass wir so langsam aber sicher ans Ende vom Spiel kommen. Also mit den ganzen Meisterviechern. Das geht halt wirklich sehr schnell. So weitem schneller, als ich gedacht hatte. Tja. Jetzt bist du geschwächt. Jetzt bist du tot. Bitte einmal vollheilen. Danke sehr. Vor allen Dingen, wir sind ja jetzt schon beim letzten König. Ja, ist ja auch richtig easy. Ich will nicht mit einem Riesen kämpfen. Ich weiß nämlich, dass es schlimm wird. So, letztes Gebiet. Ah, Winter-Ebene. So was finde ich immer schön. So Wintergebiete. Es sieht richtig cool aus. Wartet. Damit ihr es besser beobachten könnt. Ach, guck doch nicht so bedrückt. Wir könnten nun gemeinsam fähren. Das ist so ein Spruch, den muss ich nächstes Mal im Winter ablassen. Hm. Ja, natürlich dürfen wir nicht weit weg sein. Beim Eisgipfelkampffeld. Es liegt noch ein gutes Stück weg. Ich tue immer unüberlegtes. Das macht Spaß. Ja, es ist wirklich angenehm frisch hier. Meinst du nicht, du hast hier ein bisschen die falsche Kleidung für an? Ja, äh, ich glaub dir nicht. Hm. Ich denke, das liegt eher daran. Ach, ihr und euer Gott halten. Ich bin froh, dass ich Atheist bin. Es gibt zwei solche Pokémon. Der Diamant ist auf jeden Fall vernünftiger als Perla. Wo finden wir Rennen? Bei dem Eisblock? Wo ist denn der Eisblock? Der wird zwar gut. Beim Aktilas-Eisblock. Erstmal interessiert mich, welches Level die Pokémon hier aus der Gegend überhaupt haben. Dann weiß ich nämlich ungefähr, was ich vorbereitet sein muss. 39. Ich denke mal nicht, dass ich großartig Probleme bekomme. Aber ich weiß jetzt schon, wen ich gleich brauche. Äh, falsche Richtung. Dann glätt' er mal. Ich merk' gerade was. Äh. Ein... Eins meiner Zubehöre war gerade umgefallen. Nämlich das, mit dem ich euch winken kann. Ach, hier kann ich bestimmt ein Evoli zu einem Glaciola machen. Einfach einmal hier leveln. Oder ich hier ein Frostage machen. Funktioniert auch. Ja, meine Rexblazers. Da ist ein richtig starkes Fenontor. Du bist bestimmt nicht so stark, ne? Dich mach' ich bestimmt easy fertig. Level 62, dich mach' ich easy fertig. So, erstmal den Uplight-Heap. Damit ich meine HP zurückbekomme. Ich kann auch mit sehr effektiven Attacken um mich werfen. Und jetzt einen stärkeren Uplight-Heap. Sag' ich doch. Easy. Dann hätten wir das nämlich auch geklärt. Also mittlerweile ist es halt wirklich easy, diese Elite-Viecher zu besiegen. Actilas ist ja ein richtig großes Pokémon. Und zwar wirklich, wirklich groß. Hä? Meine neuen Freunde. Ich erinnere es mich an irgendwen. Ja, hier wird's bestimmt kälter. Hm. Wir zeigen alle unseren Respekt. Den Gebühr und den Respekt, den der Clan-Herrscher hier gebührt. Ja. Weil es in Rage ist. Warum sonst? Hm. Lawinen-Befahr. Ich will es besänftigen. Ja, noch nicht. Hm. Ein so gewaltiges Pokémon. Das wird mir in den Hintern treten. Ach so. Ich soll ja jetzt gegen dich kämpfen, ne? Okay. Er macht kurz ein paar Sportübungen. Hä? 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 Man hat es nicht gesehen, aber ich habe dieselben Übungen gemacht. Wie unfair, du cancelst zwei Pokémon gleichzeitig Also Frostedge ist ja eigentlich eher das Problem, oder? Nee Tschüss Ach stimmt, ja, es ist ja ein Eisgeist-Pokémon Ich hab total vergessen Einmal Okay, ciao Pumverno Nach Taha, go Erstmal Frostedge weg Wenn es einer weniger ist Ist zwar nur Level 24, aber das konnte zwei Mal angreifen So, dann beleben wir Panferno wieder Weil bei mir herrscht die Regel Jedes Pokémon soll seine XP bekommen Und Eisenschweif Nach dem Kampf heile ich meine Pokémon mal Easy Ich hätte mir eventuell Flammarisch und Aquana mitnehmen sollen Gute Eiswitze Ach danke, dass ihr mir vertraut Das ist so nett Nur etwas Permaeis? Oh, ich brauch Wassersquill Das war das seiteffizient Aber ich freu mich, wenn ich jetzt endlich ein fliegendes Pokémon habe Das ist eigentlich das Optimum, was ich haben kann Ich brauch den Kletterer nicht Ich brauch den, äh, der rennen kann nicht Und ich brauch den, der schwimmen kann dann nicht mehr Oh, soll ich viel Wasser Pokémon fangen? Da brauch ich den Schwimmenden Ansonsten ist das dann egal Hm Ich, äh, ich zweifle auch nicht daran Dass er keine Muskelkraft hat Hm Da ist es ja schon Ich hab mal klein Zusammenfangen spielen mit nem Basketball Das schaff ich schon Ja, mach du dat Kümmer dich deinen Muskeln Da komm ich easy hoch Oh Ich kann den Eisbeck nicht hochkraxen Na gut, dann halt so Ich guck von hinten zu Ja, dass du Sabi bist Das konnte ich mir vorstellen Freut mich Ne, Sabi Darf ich mit was Wir spielen oder Muss ich jetzt erstmal Irgendeine Bedingung erfüllen Ich bin ein guter Spiegelpferde Immer Ja Ja, das brauch ich Schaff ich schon Das ist unfair Wenn die jetzt fliegen Äh Wo ist die hin Geflüchtet Da hinten hin Komm, die holen wir uns Aber vorher Einmal die Pokémon zeigen Und jetzt sind sie hinten Ja, mal Hintergrundmusik Woher war hier keine Oh, wie fies Auf dem Berg Nur weil du fliegen kannst Bist du fies Oh, ein Elektek Auch ein gutes Elektropokmonelle Volteck Danke Easy Ab dich Hallöchen Hm, wer weiß Wer weiß Vielleicht 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 auch nicht Ich denke eher weniger Erst beim Tempel endet's Die macht's wahrscheinlich Spaß Ah, ich will auch was Hasquill haben Das nehmen dann ja den Kompletten Job ab Jetzt muss ich da einmal Ganz hinten hin Äh Ich hab sehr gut Schaden genommen Es war alles Beabsichtigt Einfach straight in die Richtung und dann Hochkackseln Würde ich sagen Ich würde das gerne In einem Part noch halt Machen Ich rate mich Weil ich aus den Äh Iglos hier eigentlich Rausbekomme Wenn ich da was draufwerfe Ich krieg Schneebälle Super Ich kann Schneebälle Farben Warum will ich Schneebälle haben Hier ist auf jeden Fall Ein Dorf Aber ich will ja Da hoch Solange ich Schneeboss vermeiden kann Versuche ich Schneeboss zu vermeiden Schneeboss ist jetzt Nicht unbedingt Der schnellste Ey Mit Wasser Das wird doch Äh Dann so viel Einfacher Vor allen Dingen Weil ich dann Jedes Gegnische Pokémon Meiden kann Easy So hab dich Eingeholt Ja Hallöchen Sabi Tja Du magst Du magst Auf jeden Fall Okay Dem Blick der Steinstatun soll ich folgen Okay Das merke ich Für den nächsten Part Weil hier mache ich Jetzt doch dann Für heute Schluss Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen Wenn ja kennt ihr ja den Drill Ein Abo dalassen Ein Like Und wir sehen uns Beim nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.